Moin Leute und herzlich willkommen zu dem Video, zu dem versprochenen Video des V13. Eine oder ein, zwei Sachen vorab. Ich gebe am Ende des Videos ein paar Tipps, beziehungsweise so wie ich mittlerweile für mich persönlich die Einstellung gefunden habe. Und ich möchte euch natürlich auch in dem Video die grundsätzliche Änderung zeigen, die hier beim Bot stattgefunden hat. Dann natürlich auch zeige ich euch den Time Manager. Da habe ich schon sehr viele Nachrichten bekommen. Erstmal vielen Dank dafür. Aber auch Nachrichten. Alex, für was ist dieser überhaupt relevant? Und da möchte ich natürlich auch einmal drauf eingehen. Aber als allererstes, ihr seht hier im Prinzip den Metatrader, so wie ihr ihn alle kennt. Und ich habe hier die Indikatoren, den RSI und den Stochastic hinzugefügt. Das könnt ihr ganz einfach machen. Die meisten kennen es bereits. Aber ihr geht hier oben auf Einfügen, Indikatoren, Benutzer definiert und dann einmal Stochastic und RSI. Wenn ihr den RSI ändern wollt, den Stochastic würde ich persönlich nicht ändern, aber den RSI, dann könnt ihr einfach hier auf RSI drauf gehen und dann eben hier entsprechend die Zahlen, die Range ändern. Ich habe diesen jetzt auf Standardeinstellungen 70-30. Dann diese Zone 70-30 ist so im Trading die gängigste Methode, um eben gewisse Analysen festzustellen oder durchzuführen. Aber es gibt hier wirklich mehrere Strategien. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum bin ich im 5-Minuten-Chart und warum bin ich im DAX? Das ist schon der erste Hinweis bzw. der Tipp, den ich persönlich euch geben möchte. Aber es ist halt wirklich meine eigene Strategie bzw. Und da gehen Grüße an Mr. Henke raus, der mittlerweile zum Freund geworden ist, aber auch sogar zum Geschäftspartner. Und wir beide haben uns mittlerweile so extrem auf den DAX versteift. Einfach aus folgendem Grund. Der DAX hat ein anderes Contract. Was ist ein Contract? Das seht ihr zum Beispiel, wenn ihr hier links mal in der Liste der Paare geht und dann auf Spezifikationen geht, dann seht ihr hier zum Beispiel die Kontaktgröße ist hier bei Euro, britisch Pfund bei 100.000. Geht man jetzt auf den DAX, also das ist bei RoboForex zum Beispiel, .de40cash, dann sieht man hier schon den Unterschied bei 1. Was bedeutet das? Ich bin mittlerweile im DAX, ganz, ganz vorsichtig oder ganz, ganz gut zuhören, im DAX nur noch mit realen Konten unterwegs. Wir haben, Mr. Henke und ich, hier eine Einstellung, würde ich jetzt einfach mal sagen, gemacht, indem wir wirklich versucht haben, können wir mit einem 100-Euro-Konto hier wirklich, mit einem 100-Euro-realen Konto hier Profite erwirtschaften. Das funktioniert bei Gold, bei Währungspaaren etwas schwieriger, weil einfach das Contract anders ist. Ein ganz kurzes Beispiel dazu. Wenn ihr bei Euro, US-Dollar zum Beispiel die Mindestlot von 0,01 Lot nehmt, dann wäre das bei dem DAX tatsächlich nur 0,001 Lot. Also hat das schon mal einen sehr, sehr großen Vorteil und wem es vielleicht auch schon aufgefallen ist, gibt es eben sehr viele, die mittlerweile eben auch hier den DAX handeln. Das ist bei allen Indizien so, also egal, ob man jetzt den US 500 nimmt oder den US 30 oder den japanischen Index, das ist bei den ganzen Indizien, ist da das Contract anders. Bedeutet einfach, dass man hier wirklich mit weniger Euro, realen Euro, einsteigen könnte, in Anführungsstrichen, als eben bei Währungspaaren oder sogar bei Gold. Wie ihr auch schon mitbekommen habt, ich persönlich und viele von euch lassen mittlerweile die Finger von Gold. Gold ist in meinen Augen ein Fluch und Segen gleichzeitig, aber, und jetzt kommen wir zu dem großen Aber. Ich weiß und ich sehe viele Screenshots und werden mir zugeschickt und gesagt, ich habe bei Gold jetzt wieder die Woche 70% gemacht, 60% und so weiter. Das ist wirklich klasse. Die Frage ist immer die Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit und ich hatte es schon seit einem halben Jahr oder noch länger gesagt, ich bin mittlerweile auf diesem Weg, wo ich sage, ich möchte nicht mehr diesen hohen Drawdown haben von sogar 20% ist mir schon zu viel. Ich habe versucht, oder Mr. Henki und ich haben versucht, eben durch gewisse Tests im Live-Betrieb oder wollten wir einfach eine Möglichkeit finden, wo man wirklich mit 100 Euro oder mit 200 Euro wirklich mit einem Realkonto anfangen kann. Zen-Konten sind wirklich super, gar keine Frage. Nachteil ist der Spread. Der ist bei Zen-Konten manchmal katastrophal, im Realkonto etwas besser, je nach Broker natürlich. Also wie gesagt, ich will jetzt mich hier nicht auf den DAX versteifen. Diese Variante vom neuen V13 kann auf jedes Währungspaar angewendet werden. Denn für mich persönlich, und da spreche ich wirklich nur für mich persönlich, ist einfach der Grund, ich will und wollte für mich persönlich einfach etwas versuchen, um wirklich hier mit kleinem realen Konten etwas zu erreichen. Und deswegen eben in diesem Beispiel auch der DAX. Da komme ich auch jetzt direkt schon mal zu dem Time Manager. Ihr seht es hier, diesen AppCabFX Time Manager. Ganz wichtig ist, wenn ihr diesen hinzufügt, wie ein ganz normalen Bot, rechte Maustaste auf Chart anwenden, erst wenn dieses Logo hier wirklich erscheint, dann funktioniert dieser auch. Das kann ein paar Sekunden dauern. Warum habe ich diesen, oder warum hat Mr. Henke und ich diesen Bot entwickelt? Einfach aus dem Grund, weil wir beim DAX eine Strategie fahren, indem wir sagen, um Punkt 8 Uhr wollen wir, dass der Bot eingeschaltet wird. Und um Punkt 15 Uhr wollen wir, dass der Bot ausgeschaltet wird. Aber, und das ist wirklich einmalig, das kann ich wirklich nur sagen. Der Vorteil an diesem Time Manager ist, der, dass eben der Bot weiterhin ganz normal arbeitet. Er würde Trades eröffnen, wenn schon ein Trade eröffnet worden ist, zum Beispiel vor 15 Uhr. würde ganz normal weiter arbeiten und erst dann, wenn eine Reihe geschlossen ist oder der letzte Trade geschlossen ist, dann wird die Auto-Trading-Funktion ausgeschaltet. Und alle anderen Bots, alle anderen, ja, Managers, sage ich mal, Trade-Manager, können das nicht. Das ist wirklich in meinen Augen für uns, oder für unsere Strategie wirklich perfekt. Und hat tatsächlich, ja, die letzte Woche schon sehr, sehr, oder hat genau das gemacht, was wir im Prinzip wollten. Denn es ist, wie gesagt, für die ein oder andere Strategie hilfreich. Hat man jetzt zum Beispiel Währungspaare, in denen halt immer Trades offen sind, was ja erstmal nicht so schlimm ist, dann ist dieser Time Manager eher weniger dafür gedacht. Denn beim DAX, und das möchte ich euch einmal vorzeigen, ich bin jetzt hier einfach mal im 5-Minuten-Chart und ich zeige es euch einmal. Meistens ab 15 Uhr, ihr seht es hier, geht der Kurs beim DAX oft nur noch in eine Richtung. Oft. Ich bin jetzt hier im 5-Minuten-Chart, nehmen wir mal den Tag davor, da war es nicht so, da hatten wir uns selber gewundert, aber nehmen wir uns mal den Tag davor und suchen uns 15 Uhr raus. Das sieht man, hier ging es noch einigermaßen, aber auch hier ging es dann langsam nur in eine Richtung. Ich könnte das jetzt hier auch hier einmal zeigen, 15 Uhr und ihr seht hier, es ging nur noch bergab. Und das ist einfach der Grund, weil beim DAX natürlich eher die Europäer handeln und hier dann die Leute Feierabend machen und dann eben kein Volumen, kein großartiges Volumen mehr zustande kommt und so weiter. Und deswegen ist es oft so, nicht immer, aber oft so, dass eben der Kurs nur in eine Richtung geht. Und das möchten wir natürlich nicht, weil wir wollen ja keine Reihen, dass keine Reihen entstehen, sondern wir wollen wirklich dann um 15 Uhr sagen, so, jetzt vorbei, fertig. Am Freitag, gestern, haben wir sogar schon um 14 Uhr den Bot so eingestellt, dass um 14 Uhr, wenn keine Trades mehr offen sind, geschlossen werden, einfach aus dem Grund, weil eben News anstanden. Und dieser Bot ist ganz, ganz simpel gehalten. Ich zeige es euch einmal, wenn man auf Eigenschaften geht. Ihr seht hier für jeden Tag, Montag bis Sonntag, einfach die Uhrzeiten eintragen und die Uhrzeiten sind hier oben die Uhrzeit des Brokers. Und da einfach eintickern und fertig. Und das funktioniert wirklich tadellos. Kommen wir jetzt einmal zum V13. Also, dieser V13 hat viele alte Einstellungen natürlich behalten, aber grundsätzlich hat sich eine Sache hier erneuert. Und zwar geht es ja immer darum, dass die entsprechend guten Einstiege gefunden werden. Es bringt ja nichts, wenn man hier eine Sell-Order macht und der Kurs steigt nur. Dann entstehen Reihen, die irgendwann geschlossen werden, aber der Drawdown wächst und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen eigentlich immer nur einen Einzel-Trade haben. Das wäre natürlich das Beste. Eine Reihenbildung an sich ist ja erstmal nichts Schlimmes. Das Schlimme ist nur, wenn eben der Kurs Ewigkeiten nur in eine Richtung geht und dann hier die Margin eben entsprechend aufgebraucht wird. So, der neue V13 nutzt drei Indikatoren. Einmal den RSI, einmal den Stochastik und dann noch einen dritten Indikator, der aber nicht sichtbar ist. Das ist einfach aus dem Grund, da es ja mittlerweile Leute gibt, die versuchen, ein Bot nachzustellen mit einem anderen Bot und so weiter. Und ja, das möchte man natürlich nicht. Also ein gewisses Betriebsgeheimnis soll hier auf jeden Fall aufrechterhalten bleiben. Und ich denke mal, die meisten können das auch nachvollziehen. Wie entsteht jetzt im Prinzip der Einstieg? Ich zeige es euch einmal unter den Einstellungen von dem Bot, den ich natürlich hier auch erstmal hinzufügen muss. Dazu, ihr seht es hier schon sehr viele, aber ich füge diesen jetzt einmal hier hinzu. Und ihr seht im Prinzip hier schon diese Einstellung, und zwar RSI Cross Entry for Initial Entry. Hier müsste auf True gestellt werden. Dann, ganz wichtig, kann man hier einstellen, Based on Bar oder Based on Tick. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Die Stochastik-Einstellungen würde ich alle belassen. Und hier wirklich nur, je nachdem, was man machen möchte, die Einstellung hier ändern. Was bedeutet Based on Bar oder Based on Tick? Ich mache dazu einmal größer. Und zwar, sagen wir mal, wir haben jetzt 70, 30 als Einstellungen. Kann ich das noch größer machen? Ja. Machen wir Based on Bar, ich zeige es euch einmal am besten mit diesen Kerzen, dann wäre hier erst eine Order-Eröffnung, wenn die Kerze über bzw. unter der Range wieder geschlossen wird. Das heißt, der Kurs, ihr seht es hier, geht über die RSI Range rüber und kommt wieder zurück. Das heißt, mit dieser Kerze hier würde eine Order erstellt werden, weil die Kerzenschließung beim RSI ist unterhalb. Gleichzeitig ist die blaue Linie unterhalb der roten Linie. Das bedeutet, hier wäre jetzt ein Einstieg, wenn der dritte Indikator ebenfalls sagt, hier kommen wir jetzt zu einer Sell Order. Hier wäre der Einstieg einfach in Ordnung gewesen. Das wäre höchstwahrscheinlich hier auch ein Einzeltrade gewesen. Und fertig. Ich kann euch mal ein besseres Beispiel zeigen. Hier exakt genauso. Er geht über die RSI Range von 70 raus, kommt zurück, aber, und jetzt kommen wir jetzt den großen aber, wenn man eben hier entsprechend per Bar, also Entry per Bar nutzt. Das bedeutet, er würde hier den Einstieg erst machen. Wäre jetzt der TP sehr klein als der Take Profit, würde es vielleicht sogar noch klappen, aber der Kurs geht direkt zurück und dann wäre irgendwo hier der Trade geschlossen worden oder hier, weil eine Reihe entstanden wäre. Ist ja erstmal nicht schlimm. Würde man jetzt Based by Tick nehmen, wäre der Einstieg bereits bei dieser Kerze oder in diesem Bereich hier gewesen und hier wäre der Take Profit direkt getroffen worden. Das heißt aber nicht, dass das immer funktionieren. Based by Tick ist natürlich so eine Sache, es kann einmal kurz die Linie berühren und das ist im Prinzip die Sache mit Based by Tick. Es reicht eine Linienberührung und schon wird der Trade eröffnet. Based by Bar bedeutet einfach, dass die Kerzenschließung abgewartet wird. Also in diesem Fall wäre der Trade auch relativ schnell, also im 5 Minuten Chart 15, 15, 20, nach 25 Minuten ungefähr wäre der Trade geschlossen gewesen. Aber es hätte erstmal eine Reihe gegeben. So, das ist der grundsätzliche Unterschied bei Tick und Bar. Also einmal Tick bei Linienberührung und Bar bei Kerzenschließung. Wichtig ist hier immer zu sagen, dass wirklich auch hier wäre der Trade auch ganz knapp eröffnet worden, weil eben der Stochastik hier die blaue Linie unter der roten Linie gewesen ist und in diesem Fall, da die Kerze sehr stark ist, hier auf jeden Fall durch den dritten Indikator auch ein Sales Signal zustande gekommen wäre. Wir können einmal in den Minuten Chart gehen. Minuten Chart ist natürlich immer so eine Sache, da je kleiner die Time Frame ist, umso ungenauer werden Signale. Ich möchte euch das mal hier zeigen. Oder wo habe ich ein sehr gutes Beispiel? Ihr seht es hier, hier wäre ein Sales Signal zum Beispiel, aber er geht nur ganz bisschen runter und geht dann weiter nach oben und immer weiter nach oben und das Gleiche ist zum Beispiel auch hier. Hier wäre ungefähr ein Sales Signal. Ob das jetzt ausgereicht hätte, weiß ich nicht, aber es wäre erstmal wieder gestiegen, dann natürlich wieder gefallen. Aber im Ein-Minuten-Chart ist natürlich auch immer die Sache, welchen Tech Profit hat man. Beim DAX kann ich auch nur persönlich sagen, oder bei allen anderen, umso kleiner der Time Frame, umso kleiner muss der Tech Profit sein, weil es ist eher dann eine Art Scalping. Nutzt man höhere Time Frames, dann kann man auch den TP erhöhen. Ich zeige das natürlich gleich auch in dem Backtest hier vom Metatrader, um das noch genauer zu zeigen. Hier zum Beispiel wäre ein Buy-Signal zustande gekommen, aber erst mit Kerzenschließung. Das heißt, das wäre hier gewesen. Hier wäre der Kurs dann weiter gestiegen und alles gut. Hier seht ihr zum Beispiel, und das ist der große Vorteil daran, hier wäre erstmal gar kein Trade zustande gekommen, weil der Kurs ist über der 70, aber steigt weiter, steigt weiter, steigt weiter. Und ungefähr hier wäre dann der Trade, beziehungsweise hier wäre der Trade eröffnet worden, ein Sale-Trade, wegen Kerzenschließung. Ansonsten wäre er bereits hier eröffnet worden. Also es macht wirklich einiges aus, vor allem im Ein-Minuten-Chart. Und dann ging der Kurs natürlich hier ein bisschen runter. Kleiner Tech Profit und ungefähr hier wäre dieser geschlossen worden. Ich könnte jetzt euch hier 100 Beispiele zeigen, aber das will ich gar nicht, denn ihr kennt euch mittlerweile hier wirklich selber sehr, sehr gut damit aus. Ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen. Also das bedeutet, die RSI Stochastik ganz einfach erklärt. Wie gesagt, der dritte Indikator ist nicht sichtbar, auch nicht in den Einstellungen sichtbar und muss eben auch ein sprechendes Buy-Signal hier vorhanden sein. Hier zum Beispiel wäre kein Trade zustande gekommen, weil der Stochastik einfach nicht dafür ist, dass hier ein Trade zustande kommt. Das heißt, wären jetzt der RSI und der in Anführungsstrichen unbekannte Indikator hätten hier ein Buy gemacht, dann wäre hier trotzdem kein Buy-Signal zustande gekommen. So, ich habe hier einmal Einstellungen. Und zwar, ich mache jetzt einfach mal 100 Euro und habe hier, was wollte ich sagen, einmal, sorry, jetzt bin ich weg. So, wenn ihr diesen Bot hier haben wollt oder wenn ihr bereits den 12.5 habt, ist ja diese kleine Änderung bezüglich Lizenz-Key gewesen, dass eben der Lizenz-Key nicht mehr oder die Lizenz nicht mehr auf eure Kontonummer vom Broker gebunden ist, sondern euren Namen. Das hat den großen Vorteil, dass ihr nur noch eine einzige Lizenz kaufen müsst und könnt im Prinzip unterschiedliche, viele Konten haben. Und das ist einfach aus dem Grund, dass eben hier wirklich, ja, so viele, oder dass ihr einfach Kostenersparnis habt. Es gibt einige, die haben vier, fünf Lizenzen jeden Monat oder so kaufen mussten. Ist natürlich für mich, für meine Einnahmen gut, aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Also, in diesem Fall habe ich jetzt einfach mal den RSI oder die Einstellung genommen. Ihr seht es hier, True. Ich mache hier einfach mal Based on Tick und die Einstellung habe ich jetzt hier 29,71 etwas erhöht und die Take Profit habe ich jetzt mal auf 20 gesetzt. Die Fixed Lot mache ich einfach mal auf 0,1, weil es ja nur ein 100 Dollar Konto ist. Und nun möchte ich euch einmal zeigen, wie diese Einstiege hier zustande kommen. Als allererstes füge ich, um es euch genauer zu zeigen, einmal wieder die Indikatoren hinzu. Ich mache jetzt hier, einmal ändere ich auf 29 und 71. und dann noch einmal den Stochastik Indikatoren Benutzer definiert. Stochastik, da muss man eigentlich nichts ändern. Und dann gehe ich hier einmal auf Starten. So, hier ist der erste Trade zustande gekommen. Ich zoome einmal rein. So, ihr seht hier, der RSI ist, das war Börseneröffnung hier. Deswegen gab es hier auch ein Gap. Das ist beim DAX aber ganz normal. Ihr seht hier, er kommt zurück. Er berührt die Linie. Er öffnet den Trade. Ist dann erstmal minimal im Minus. und er öffnet dann, oder er schließt dann hier den weiteren, äh, schließt hier den Trade. Sorry. Ihr seht auch hier, die blaue Linie ist über der, über der roten Linie sehr weit fortgeschritten. Das ist auch so ein Thema für den dritten Indikator. Und dementsprechend gab es hier dann einen Profit von, ich kann einmal gucken, weil hier sollte es wahrscheinlich, von 2 Cent. Jetzt sagt der eine oder andere, öh, 2 Cent, das ist ja nicht viel. Das sind 0,02 Prozent vom Kontowert. Ich mache einfach mal weiter. So, ihr seht es hier, auch wieder sehr schönes Beispiel. Der RSI hat ganz kurz die Linie durchbrochen, kam dann zurück und hat hier ein Sell aufgemacht. Hier direkt geschlossen, auch wieder ein Einzeltrade. Hier kam dann auch wieder ganz kurz, das ist hier beim RSI im Ein-Minuten-Chart immer etwas verwirrend. Es sieht so aus, als würde er nicht über der Linie sein, aber es ist über der Linie. Und ihr seht hier, auch wieder ein Einzeltrade. Geht man in die Ergebnisse, hat man hier auch schon wieder 2 Cent gemacht. Wie gesagt, es kommt immer auf den Kontowert. Und was hat man für einen Take Profit? Er ist halt jetzt sehr klein, einfach aus dem Grund, weil wir im Ein-Minuten-Chart unterwegs sind. Aber man hätte jetzt schon 0,06 Prozent gemacht, innerhalb von ein paar Minuten. Ich lasse mal weiterlaufen, um es einfach noch weiter zu zeigen, wann ein Trade eröffnet wird. Und dann bin ich mal gespannt, wann der Nächste hier kommt. Ihr seht hier schon, er ist sehr lange in dieser Range drin. Sehr, sehr lange. Dann lasse ich einmal weiterlaufen. Da kommt, genau. Ihr seht es hier. Einmal hier diesen Trade eröffnet. Hier würde man jetzt denken, hm, der hat die Linie nicht getroffen. Doch hat der. Man muss sich aber vorstellen, dass es ein Tick ist. Und hier war genau bei der nächsten Minutenkerze. Und deswegen hat er hier bei der Schließung der vorherigen Minutenkerze. Dann gab es die nächste Kerze, hat hier oben eröffnet. Und direkt wieder ein Einzeltrade. Das Ergebnis auch wieder 2 Cent. Wir machen einmal weiter. Und warten einfach ab. Hier zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Hier gab es eben kein Trade. Er kam zurück. Aber Stochastik und der dritte Indikator, je nachdem, hat eben die Linie nicht durchbrochen. Und fertig. Hier hat er jetzt ein Buy-Signal aufgemacht. Hat einen zweiten Trade gemacht, weil der Kurs natürlich, er ging erst mal über die RSI-Range. Aber der Kurs ging weiter runter. Das ist das Gefährliche an der im Ein-Minuten-Chart. Wir lassen aber einfach mal weiterlaufen. Und zack, auch dieser hier wurde im Profit geschlossen. Ihr seht es hier. Natürlich dadurch, dass man einen weiteren Trade hat, erhöht sich auch der Profit. Wir sind jetzt hier schon bei 0,13%. Hätte man jetzt zum Beispiel Trades von 4 oder 5 rein, dann könnte hier auch mal schnell 0,2% rauskommen. Ich lasse weiterlaufen, um euch einfach weiterzuzeigen. Das ist natürlich hier. Das ist sehr oft bei Börseneröffnung. Hier nächster Tag. Das bedeutet, er hätte jetzt hier erst mal 0,13% bei, oder den letzten Tag gemacht. In einem Tag. Und hier seht ihr dann im Prinzip, er hat hier, ja, ein Zweier-Trade gemacht, weil der Kurs ging hier eigentlich, sollte nach oben gehen. ging noch nicht direkt nach oben, hat hier ein Zweier-Trade gemacht, hat aber hier anstatt 2 Cent auch direkt wieder 4 Cent gemacht. So, wir warten ab, bis der nächste Trade kommt. Und dann komme ich auch einmal zu gewissen Unterschieden oder Tipps und Tricks. So, ihr seht hier, wieder ein Sale-Trade aufgemacht. Der RSI ist über die Linie gegangen. Der Stochastic hat hier, ist weiter gekreuzt, also nicht direkt bei der Kreuzung. Und das ist wichtig, wie gesagt, für den dritten Indikator. Und auch hier schön direkt danach geschlossen. Das Ergebnis, auch hier, bei Einzel-Trades, meistens exakt 2 Cent. So, ich glaube, das Verständnis ist hier erst mal soweit gegeben. Man könnte jetzt zum Beispiel auch einmal in den 5-Minuten-Chart gehen. So, in dem 5-Minuten-Chart sieht man hier zum Beispiel auch in diesem Bereich, es ist genauer, er fällt erst mal weiter. Hier ist das Gefährliche, ihr seht es hier, nach 15 Uhr. Aber, es gibt halt auch die Möglichkeiten, natürlich in jedem Währungspaar und so weiter, Gold ist, kann ich nur sagen, ich lasse die Finger davon. Ich will keinen hohen Drawdown haben. Wenn ich jetzt den Bericht von gerade angucke, ist natürlich jetzt ohne Tick da, oder so, aber der Drawdown, der maximale Drawdown, ich hatte hier einen Profitfaktor, jetzt natürlich nur mal einen Schnelltest von 3,71, einen Profit von 0,2% ungefähr, aber ein Drawdown und das ist das Entscheidende, was ich haben möchte, 0,22%, wie gesagt, das war jetzt ein kurzer Test, der kann auch mal 2, 3, 4, 5 oder 10% haben, das ist halt leider Gottes so, aber, das kommt natürlich auf die Einstellung drauf an, was hat man von Stepsides, für den nächsten, ja, für den nächsten Trade, wann der eröffnet werden soll und wie gesagt, umso kleiner die Timeframe, umso ungenauer wird es auch und dann natürlich sollte man auch dementsprechend den Take Profit wirklich sehr klein setzen. Ihr seht es zum Beispiel hier auch, wenn man jetzt hier Tick genommen hätte oder Bar, wäre beides im Profit geschlossen, per Tick ist halt meistens, wenn es dann noch in die richtige Richtung geht, wie man möchte, dann aber einfach ein bisschen früher. Ich glaube, das ist jetzt für alle verständlich, wie dies funktioniert, wie gesagt, und das sage ich nochmal, der dritte Indikator ist ein ausschlaggebender Indikator für Momentum, er bezieht sich auch auf den Stochastik bezüglich, wie weit ist dieser schon fortgeschritten, denn hier zum Beispiel macht das wenig Sinn. Ja, es gibt eine andere, weitere Möglichkeit, beziehungsweise in einer umgedrehten Variante. Ich möchte euch das einmal auf die Schnelle zeigen und zwar gehe ich einmal auf die Indikatoren und mache jetzt nur mal als Beispiel 40, 60. Ist wirklich nur ein reines Beispiel. Und schon seht ihr, wie sich das hier ändert. Jetzt ist natürlich die Problematik, würde man jetzt hier den normalen RSI-Stochastik hier so einstellen, ist man in einer Range, wo sich der Kurs eigentlich den ganzen Tag befindet. Ihr seht es hier, er ist den ganzen Tag in dieser Range drin, sehr ungenau, bringt überhaupt nichts. Aber, geht man jetzt unter die Einstellungen und jetzt kommt der Trick und vertauscht diese zwei Zahlen, bewirkt man im Prinzip genau das Gegenteil. Das bedeutet, ich mache jetzt hier einmal 60, was ich gerade eingestellt habe und einmal 40 und klicke einfach OK. Und jetzt möchte ich euch zeigen, was passiert. Ich mache wieder Test starten und ich hoffe, es kommt jetzt nicht zum bösen Vorführeffekt, aber, zack, ich muss noch einmal die Indikatoren einfügen. benutzerdefiniert RSI mache ich natürlich auf 40,60 und mache einmal den Stochastik. so, was bedeutet das? Ihr seht hier, ich habe die Zahlen jetzt umgedreht, das heißt, er macht das genau anders, geht der Kurs unter 40, wird ein Sell eröffnet, zack, getroffen. Ich mache mal wieder ein bisschen höher, äh, größer. Ihr seht hier, geht unter den Kurs, die blaue Linie ist jetzt natürlich auch, muss man sich umgedreht denken, und auch der dritte Indikator denkt dann umgedreht, und zack, wieder Trade. Ich werde mal weiterspulen, ihr seht es auch hier, zack, runter, Einzeltrade. Jetzt hier, hat er einen Trade eröffnet, weil es eben nur ein Tick ist. Das ist wirklich, und das kann ich immer wieder zusagen, Tick ist, kann gefährlich sein, kann aber auch einen sehr großen Vorteil haben. Vor allem, Tick in einem Minuten Timeframe kann, ja, kann sehr risikoreich sein. Jetzt hat er einen zweiten Trade aufgemacht. Ich lasse weiterlaufen. Jetzt hat er einen dritten Trade aufgemacht, und zack, geschlossen. Das bedeutet, hier hat er geschlossen, hier hat er direkt den nächsten Sale Trade aufgemacht, weil er rutscht unter die Linie. Wir gucken einmal ins Ergebnis rein, 2 Cent, 2 Cent, hier hat er 15, 6 Cent gemacht, hier bereits schon 14 Cent. Das heißt, 0,14 Prozent, und das, ja, an einem Tag, in einer Stunde. Ich lasse mal weiterlaufen. Ihr seht hier, dieser Tick, das ist wirklich, ja, riskant, gar keine Frage. Einmal kurz berührt. Er öffnet weiter Trades, weitere und hat diese dann im Prinzip geschlossen, öffnet direkt wieder hier den gleichen. Das ist jetzt ein Paradebeispiel dafür, dass eben umso kleiner die Timeframe, wirklich umso risikoreicher. natürlich massig mehr Trades. Ihr seht es hier, wir sind jetzt schon bei 0,24 Prozent angelangt, haben den nächsten Trade offen, ist auch wieder direkt geschlossen, wieder geschlossen. Ihr seht es hier, Buy Order, er hat hier, geht nach oben, geht wieder nach oben, und so weiter. Aber, ich möchte euch damit sagen, diese Strategie, die mit diesem umgetreten RSI, die ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Also, ihr seht hier jetzt, oh, immer Profite, viele, viele Einzeltrades. Das ist das, das ist das, was mir sehr gut gefällt, diese vielen, vielen, vielen Einzeltrades. Er hat jetzt bis, gucken wir mal, bis 15 Uhr, 0,5 Prozent gemacht, bis 16 Uhr 40, hat er 0,7 Prozent gemacht. Jetzt beginnt natürlich, die riskante Zeit, muss man ganz ehrlich sein, da hätte ich jetzt schon, ausgeschaltet, denn der Kurs kann sich jetzt, nur noch in eine Richtung bewegen. So, ihr seht es hier, das ist jetzt Beispiel DAX, jetzt ist hier der Drawdown, wächst natürlich an, auch wenn die Trades hier geschlossen werden, jetzt sind sie geschlossen worden, aber man wird zuvor sehen, im Beispiel, sie sind nachts geschlossen worden, ganz, ganz spät, um 22.30 Uhr ungefähr, dass eben hier der Drawdown dadurch zustande kommt. Ihr seht es hier, es wurden insgesamt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trades eröffnet, was ja eigentlich noch nicht schlimm ist, aber der Drawdown erhöht. Und das ist, was ich vorhin als Beispiel meinte, jetzt wirklich nur in Bezug auf DAX, dass ab einer gewissen Zeit, der Kurs oft nur noch fällt. Und dafür ist dann im Prinzip dieser Time Manager so relevant für diese Strategie. Das kann man aber überall anwenden. Ihr seht es hier, es werden ständig Trades eröffnet, geschlossen, immer eigentlich ohne große Reihe, aber ab 15 Uhr, wir können jetzt einmal nochmal bis 15 Uhr laufen lassen, ich finde den DAX Beispiel halt sehr gut, einfach aus dem Grund, weil eben hier wirklich, ja, das Kontrakt anders ist. Das muss aber nicht so sein, also Cent-Konten können weiterhin ganz normal, um noch mehr Sicherheit zu erhöhen. So, und jetzt beginnt die 15 Uhr Zeit. Ihr seht schon, ein Trade, ja gut, also es muss nicht immer so sein, das ist jetzt Vorführeffekt, aber wir können mal weiter laufen lassen, es wäre jetzt 17 Uhr, dass der dann sehr oft nur noch in eine Richtung geht, und dadurch natürlich wie jetzt, ihr seht es hier, hier den Take-Draw-Winning-Spread, aber ihr seht, ist auf einmal eine Reihe nach oben und fertig. Wir gucken uns einmal die Ergebnisse an, gestartet hatten wir hier jetzt am 24.04. und sind jetzt am 25. und hätten an einem Tag jetzt 2,1% gemacht. Ich stoppe das jetzt einfach mal, um den Bericht auszuwerten, und der Drawdown wird hier, ja, trotz der Reihenbildung, trotz des kleinen Kontos, natürlich jetzt ohne Tick-Data, aber auch nur bei 3% gewesen, und das ist im Prinzip, auf was ich hinaus möchte. Für mich persönlich, und bitte versteht mich nicht falsch, ich persönlich will nichts mehr mit irgendwelchen, also wenn, oder anders formuliert. Es gibt sehr viele, die testen und so weiter, andere Gruppen ebenfalls, andere Bots auch, aber man kann nicht, und das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, hat man 50% Drawdown und sagt, oh, ich habe heute 30% gemacht, kann man davon nicht als positiven Effekt sprechen, denn, man muss sich vorstellen, niemals würde jemand 50% seines Kapitals als Risiko benutzen, das macht keinen Sinn, also, klar, je nach dem, wie risikofreudig man ist, aber, und das kennt ihr alle aus der Vergangenheit mit Gold, Gold ist absolut verrückt, es kann ein Fluch und Segen zugleich sein, aber, man muss hier wirklich, was, oder gucken, was möchte man, also, ich kann auch in einer Woche 300% machen, gar kein Problem, aber, das wird niemals nachhaltig sein, niemals, und warum, warum, investiert man so viel Zeit in diese eine Sache, wo man eigentlich weiß, dass es nicht nachhaltig ist, dann doch lieber, und das ist der gewisse Punkt, macht man als Beispiel, 1% am Tag, hat man durch den Zinseszinseffekt am Jahresende ungefähr 1000% gemacht, nur durch den Zinseszinseffekt, es gibt tausende Rechner im Internet, guckt selber nach, was bringt es mir, 300% in der Woche zu machen, in einer Woche, und nächste Woche ist das Konto platt, jetzt gibt es einige, die sagen, okay, dann hebe ich halt das Geld ab, kann man auch machen, aber, Gelder abheben, von einem Konto, ist immer, oder ist gut, man saft sich die Einlage, aber, die Problematik ist hierbei, der Zinseszinseffekt kommt nicht zustande, und wer sich vielleicht ein bisschen zurückerinnert, wie oft haben Leute geschwitzt, wie oft gab es Nachrichten, oh, ich bin schon 40% im Drawdown, mein Margin Level ist nur noch bei 600%, und so weiter, und so weiter, ich persönlich will sowas nicht, ich will in Ruhe schlafen, ich will in Ruhe morgens aufstehen, ich will nicht alle 5 Minuten aufs Handy gucken, und jetzt muss man sich mal vorstellen, nur als Beispiel jetzt hier, wie gesagt, ohne Tickdata und so weiter, ich lasse das schon länger live laufen, eine Technik davon, oder mit meinen Einstellungen, und ich mache am Tag ungefähr, also, oder es gibt unterschiedliche Einstellungen, ich will das anders formulieren, aber nachweislich mindestens 0,3, 0,5% am Tag, mit einem maximalen Drawdown von 4%, ich glaube, jetzt gibt es bestimmt den einen oder anderen, die sagen, was will ich mit 0,5%, ja, also, ich würde darauf beschwören, dass am Ende des Jahres, ich eine bessere Performance habe, als jemand, der sagt, oh, ich habe diese Woche 50% gemacht, und man muss sich mal vorstellen, ein Drawdown von 50%, oder 30% schon, ist, also, ihr habt 1000 Euro, und davon sind 300 Euro im Minus, ist, für die Psyche, extrem belastbar, aber das kennt ihr wahrscheinlich alle, deswegen, alle die, die hier Hunderttausende von Euro Profite, oder Prozente machen wollen, versucht es, aber am Ende des Jahres, wenn man vergleichen würde, hätte, würde ich beschwören, oder fast beschwören, hätte ich mit 0,5% oder sogar 1%, oder sogar mehr, also letzten Freitag, auf eine Technik mit dem DAX, knapp 1% bei einem Drawdown von, ich glaube, 0,4%, also, was will man mehr, mehr Sicherheit kann man, tatsächlich nicht mehr haben, also, ich will aber hier auch niemanden reinreden, ihr wisst, der Bot ist ein Werkzeug, es gibt zahlreiche Einstellungen, zahlreiche, jede Einstellung hat eine Auswirkung, auf das und das, aber, man muss wirklich gucken, was möchte man, und das ist für die Zukunft ganz wichtig, für jeden Einzelnen, dass eben hier wirklich geguckt wird, will ich hier 20% am Tag, das ist mit Bots überhaupt kein Problem, überhaupt kein Problem, aber es wird nicht nachhaltig sein, und daraus sollten wir alle gelernt haben, auch aus der Vergangenheit, und ich finde es nur sehr schade, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn andere Leute, versuchen, ähm, ein, ein, oder einen Profit, positiv darstellen zu lassen, sagen wir mal, 20% habe ich heute gemacht, hatte aber auf der Gegenseite, ein Drawdown von 30, 40, 50, oder 60%, also das ist in meinen Augen nicht mehr, das hat nichts mehr mit, 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 oder das hat nur noch etwas mit Glück zu tun, weil bin ich 60% als Beispiel im Drawdown, umso höher ich bereits im Drawdown bin, durch die höhere Lot, die entsteht, braucht der Kurs nur noch einmal kurz einen Peak machen, und mein Konto ist platt, weil die Lots werden ja immer wieder erhöht, und ich persönlich finde es am lustigsten, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass es dann auch Bots gibt, ähm, die, als Beispiel, bei 30% Drawdown schalte ich den Bot ein, um eben gewisse Profit, äh, um gewissen Drawdown abzuarbeiten, Erste Problem ist, ich weiß nicht, ob ihr Steuern bezahlt, aber, ich hoffe, denn, wenn das rauskommt, also ich weiß nicht, äh, einmal Ärger mit dem Finanzamt, immer Ärger mit dem Finanzamt, also durch solche Bots, die eben versuchen, den Drawdown abzubauen, kommt man so massiv schnell in eine gewisse Grenze, wo das ganze Trading sich nicht mehr lohnt, wie gesagt, in Bezug auf Steuern, zweitens, ähm, ist das Thema, und da hatte ich mich auch schon hier mit mehreren drüber unterhalten, die ebenfalls so denken wie ich, ist, hat man so einen Bot, der im Prinzip versucht, bei 30, 50, was weiß ich, ist auch egal, Prozent Drawdown, zu versuchen, diesen wieder gut zu machen, muss ich persönlich sagen, ist die Strategie komplett von Anfang an falsch, denn ich will ja gar nicht in diesen Drawdown kommen, versteht ihr, und, ich persönlich, und da kann mir auch, ja, wie gesagt, Grüße gehen raus an dich, Mr. Henki, zustimmen, dass wir mittlerweile, ähm, versuchen, Setfiles zu bauen, oder Strategien zu bauen, deswegen ja auch zum Beispiel, wie ich jetzt öfter schon gesagt habe, der Time Manager, der vielleicht für den anderen, ein oder anderen, noch nicht so relevant klingt, bringt, aber glaubt mir, das Ding hier ist für viel, oder kann für viele, ein Lebensretter sein, ähm, mehr oder weniger, ähm, haben, auf jeden Fall habe ich schon mit mehreren gesprochen, die ebenfalls gesagt haben, ich will auch weg von diesem hohen Drawdown, ihr müsst euch mal überlegen, habt ihr jetzt 1000 Euro Konto, ihr seid 3% im Drawdown, sind das 30 Euro, als nicht die Welt, das kann man verkraften, aber habt ihr hier 30% stehen, sind es 300 Euro, dann geht das wirklich in eine Richtung, wo es schon wehtut, und klar kann man dann sagen, ja, aber ich, ich könnte ja 50% machen, ja, könnte man, nichtsdestotrotz ist der Drawdown vorhanden, und, ja, im manuellen Trading, würde man das gar nicht zulassen, also im manuellen Trading, pro Trade, hier schon 3%, im Minus ist auch schon, ja, eine heftige Sache, da wird oft 0,5% oder 1% eigentlich maximal riskiert, bei Bots ist es halt einfach anders, die können nicht so auf das Marktgeschehen eingreifen, ist ja keine KI, aber ich will damit nur Folgendes zum Abschluss sagen, also ich glaube, den Bot habt ihr soweit verstanden, ihr könnt mir jederzeit schreiben, die Leute, die diesen schon getestet haben, über einen längeren Zeitraum, so viel wie ich gehört habe, sind begeistert, denn, es geht ja im Prinzip, und das wisst ihr, nur um die Einstiege, die Einstiege sind das A und O, hat man jetzt wie hier eine Reihe von 1, oder 1, 2, 3, 4, 5 Trades, also ich glaube, eine Reihe von 5 Trades, wenn man an letztes Jahr denkt, das ist lächerlich, also da gab es, ja, 30, 40 Trades, und so weiter, natürlich, ich sage dazu, es war jetzt hier ein kurzer Test, um einfach den Bot vorzuzeichen, oder aufzuzeichnen, wie der funktioniert, und so weiter, aber, die Einstiege sind massiv verbessert worden, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder nutzt man den RSI, im Prinzip im über, und überkauften, und überverkauften Bereich, oder man dreht die Zahlen um, und geht halt dann davon aus, der Kurs steigt noch weiter, also diese zwei Möglichkeiten hat man, aber ich kann wirklich immer wieder nur sagen, hört auf, zu denken, ihr werdet mit Bots nachhaltig, jeden Tag 10% machen, oder 50%, 10%, ja, da gibt es wahrscheinlich wieder, irgendwelche, die sagen, das schaffe ich, okay, dann wird aber 100%ig, der Drawdown, in einem gewissen Bereich sein, ähm, wo für mich persönlich, nicht akzeptabel wäre, also wenn jemand 1000 Euro hat, und der ist bereit, 500 Euro zu riskieren, oder 50% zu Drawdown zu haben, ähm, ist ja jedem selbst überlassen, also da kann keiner hier, irgendwie jemand anderen, ähm, was Böses, aber man sollte nur, sich einmal darüber nachdenken, ist das der Sinn, nachts, als Beispiel, auf dem Sofa ständig ins Depot reinzugucken, weil der Goldkurs schon wieder total, ähm, durch die Decke gegangen ist, ich hab hier den Goldkurs, äh, ich mach mal hier den 15-Minuten-Chart, und hier, äh, oder den Stunden-Chart, äh, und ging halt hier wieder richtig ab, nach oben, hier haben schon einige aus anderen Communities, oh, und was ist, was passiert, und er steigt noch weiter, neues All-Time-High, und dann, hier unten irgendwo zu sagen, oh, ich hab 30% gemacht, ja, ist wirklich super, ich gönne jedem die Profite, aber, ich würde beschwören, wenn hier oben bei 2,76, wo, wo der Goldkurs war, wäre der auf 2,85 oder so gestiegen, von hier unten, dann wäre das Konto platt, und das ist, und sollte für uns alle, alle, ähm, oder sollte man drüber nachdenken, möchte man das, und ganz ehrlich, wenn man 0, nur als Beispiel jetzt, 0,5% am Tag macht, nur, kann man auch wirklich 2, 300% im Jahr daraus machen, also, natürlich muss man dazu sagen, und da bin ich auch ganz offen und ehrlich, investiert man 100 Euro, und macht, äh, 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 0,5%, dann hat man wahrscheinlich gerade mal die Kosten für den Bot drin, das wird so sein, aber, man soll ja lernen, Trading hat immer was mit Lernen zu tun, also, immer, jeden Tag, aufs Neue, und immer mehr, und so weiter, und man kann hier mit Sicherheit noch mehr rauskitzeln, also, wie gesagt, ich bin jetzt gerade, ähm, in, in, in einem Bereich von circa 1% am Tag, mit sehr geringem Drawdown, ähm, ich könnte jetzt mehr Risiko eingehen, aber möchte ich gar nicht, ich möchte meinen Drawdown so gering wie möglich halten, meinen Profitfaktor so hoch wie möglich, und dann einfach gucken, ähm, wie entwickelt sich das, und wenn es doch mal einen Ausschlag gab, ähm, wo muss ich nachjustieren, äh, und so weiter, und deswegen teste ich zum Beispiel auch nur noch im realen Betrieb, einfach aus dem Grund, weil die Problematik ist, andere Bots zum Beispiel, die faken irgendwelche Historien, oder Statistiken, oder suchen sich nur einen Bereich aus, in dem er wirklich, ähm, ja, sehr gut performt, und so weiter, ähm, aber hier ist es halt wirklich so, ich, ich mache Live-Betrieb, also, um wirklich live zu testen, um dann, ja, nicht diese, 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 diese Qualität, die negative Qualität des Backtests hier als Maßstab zu nehmen, ähm, es ist bestimmt schon den einen oder anderen schon aufgefallen, äh, im Demo funktioniert das so super, und im realen Konto nicht so, das hat ganz einfache Gründe, das hat damit zu tun, dass hier im Demo, ähm, die Order-Ausführungen zum Beispiel sofort stattfinden, sofort, ähm, und hast du ein reales Konto, dauert das eben halt ein paar Millisekunden, aber das kann halt schon Auswirkungen auf Trades haben, oder auf eine Reihenbildung, oder, 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 also, hier muss man wirklich gucken, ähm, wie ist für, für sich persönlich, äh, ja, das Risiko eingestellt, wie gesagt, es gibt bestimmt einige, die sagen, ach, 20, 30% Drawdown ist nicht schlimm, damit ist man zufrieden, kann auch jeder selbst entscheiden, für mich persönlich ist es nichts mehr, dadurch habe ich auch eine Vergangenheit, oder musste ich selber auch dazu lernen, dass eben ich wirklich nachhaltig, passiv Geld verdienen möchte, ohne eben hier wirklich, und das kennt jeder von euch, bestimmt hat, also, es gab Zeiten, da habe ich nachts mir, ähm, bin ich aufgewacht, wieder ins Depot reingeguckt, oh, wieder ein bisschen besser, wach morgens auf, oh, es hat, ist immer noch nicht besser, bin wochenlang, oder tagelang in offenen Trades, darauf habe ich keine Lust mehr, möchte ich nicht, dann verzichte ich lieber auf Profite, aber eins kann ich sagen, mein Konto wächst stetig an, und hat keinen Totalverlust, in diesem Sinne, danke euch, es war ein bisschen längeres Video, ähm, wer Fragen hat, kann mich anschreiben, ähm, ich gebe da Tipps und Tricks, und, und, und erkläre vielleicht noch mal genauer, ähm, ja, also, in diesem Sinne, danke euch, und bis bald.